Politik verstehen, Probleme nachvollziehen. Wir geben Antworten auf Fragen, die wirklich relevant sind. Genau das ist Europazeit. Die Sendung, bei der Sie nicht nur vor dem Fernseher sitzen, sondern selbst aktiv werden können. Und so beantworten Abgeordnete aus dem EU-Parlament die Fragen, die Sie uns gestellt haben. Diesmal ist unser Gast Hans-Olaf Henkel. Er war zuvor Manager bei IBM, Präsident des BDI sowie Präsident der Leibniz-Gemeinschaft. 2014 wurde er für die AfD in das EU-Parlament gewählt, dessen Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie er als stellvertretender Vorsitzender angehört. Henkel war von März 2014 bis April 2015 stellvertretender Sprecher sowie Mitglied im Bundesvorstand der Partei. Im Juli trat er aus der Partei aus und der neu gegründeten Allianz für Fortschritt und Aufbruch bei. Neben der unübersichtlichen Flüchtlingspolitik ist der Rechtspopulismus in Europa enorm gestiegen. Sehen Sie da eine Parallele? Ich bin schon der Meinung, dass der Rechtspopulismus in Europa etwas zu tun hat mit einer sehr unbefriedigenden Immigrationspolitik. Man sieht das ja auch in Deutschland. Nehmen Sie die AfD als Beispiel. Ich war ja mal in dieser Partei, habe sie auch unterstützt übrigens, auch finanziell. Ich bin aber jetzt davon überzeugt, dass diese Partei zu rechtspopulistisch geworden ist, nach rechts abgedriftet. Und nachdem Professor Lucke, der Parteigründer und ich aus dieser Partei ausgetreten sind, zusammen mit 5000 Menschen, war diese Partei am Ende. Die Umfragen haben irgendwo zwischen zwei bis drei Prozent gelegen. Übrigens im Osten immer noch zweistellig. Das heißt im Westen wahrscheinlich unter zwei Prozent. Und jetzt sind sie wieder auf zehn Prozent. Wem haben wir das zu verdanken? Ich meine der Willkommenskultur von Frau Merkel, die unüberlegt war und die jetzt dazu führt, dass wir auch in Deutschland eine rechtspopulistische Partei bekommen, die mehr als marginal ist. Welche Maßnahmen müssen Ihrer Meinung nach getroffen werden und welche Entwicklungen befürchten Sie, falls diese nicht getroffen werden? Ich bin schon der Meinung, dass man eine andere Politik machen müsste bei dieser Flüchtlingspolitik. Als allererstes müssen wir aufhören, die Flüchtlinge zu uns einzuladen. Also eine Willkommenskultur müsste abgelöst werden durch eine Hilfskultur. Das heißt, die Leute, die tatsächlich bei uns sind, die muss man helfen. Aber man muss aufhören, jetzt Menschen aus sicheren Flüchtlingslagern zu uns herüberzulocken. Und genau das passiert. Die Mehrheit der syrischen Flüchtlinge kommen aus sicheren Lagern in der Türkei, in Jordanien, im Irak. Natürlich ist es nicht angenehm in diesen Lagern, aber es ist dort sicher. Und viele Flüchtlinge riskieren jetzt ihr Leben, weil sie gerne in eine ökonomisch angenehmere Situation kommen wollen. Die Verantwortlichkeit für diese Fehlentwicklung trägt eben auch die Bundesregierung. Also das ist das Erste, was man machen muss. Das Zweite ist, wir müssen dafür sorgen, dass wir ein europäisches Asylrecht bekommen. Nicht verschiedene Rechtsgrundlagen für Asylbewerber. Wir wissen zum Beispiel, dass in Frankreich der Anteil der abgelehnten Asylbewerber viel höher ist als in Deutschland. Das Dritte, was geschehen muss, wir müssen die europäischen Außengrenzen sichern. Dabei kann Deutschland natürlich helfen. Aber alles das sind mittel- und langfristige Dinge, die geschehen müssen. Deshalb müssen wir auch in der Lage sein, kurzfristig unsere eigenen Grenzen dicht zu machen. Denn eins ist doch völlig klar. Wir sind umgeben von sicheren Drittländern. Und das Dublin-Abkommen zeigt eindeutig, dass ein Flüchtling oder eine Familie, wie auch immer, aus einem sicheren Drittland kommt, kein Recht hat auf Asyl in Deutschland. Das heißt, wir sind eigentlich dazu verpflichtet, diese Flüchtlinge zurückzuschicken. Und wenn das im Augenblick nicht geht, dann müssen wir auch, ähnlich wie das jetzt andere Länder machen, unsere eigenen Grenzen so sichern, dass wir sicher sein können, dass niemand zu uns kommt, ohne registriert zu sein. Hier haben Sie mal ein paar Möglichkeiten. Schließlich, und das ist Teil des Programms der Allianz für Fortschritt und Aufbruch der Alpha-Partei, müssen wir auch in Deutschland bereit sein, uns dem Thema maximaler Obergrenze zu widmen. Und unsere Partei hat hier einen Vorschlag gemacht. Sämtliche 16 Bundesländer sollen ihre eigenen Kommunen abfragen, sollen herausfinden, was die Maximalzahl von Flüchtlingen ist. Und die Addition dieser Zahl wäre dann in der Tat die Obergrenze auch für Deutschland. Also das sind die Möglichkeiten, die ich sehe, für eine bessere Flüchtlingspolitik als heute. Wie realistisch schätzen Sie die Möglichkeit ein für die Schaffung einer europäischen Friedensgruppe? Ehrlich gesagt, davon halte ich nichts. Wir haben sehr gut von der NATO profitiert. Und wir sollten keine weiteren Truppen in Europa auf die Beine stellen, die sich außerhalb der NATO befinden. Jede europäische Friedenstruppe oder wie immer man sie nennen will, unterhöhlt das NATO-Bündnis. Und letzten Endes haben wir in den letzten Jahrzehnten unsere eigene Sicherheit der NATO zu verdanken gehabt. Und ich weiß aus vielen Gesprächen mit osteuropäischen Parlamentariern, dass die heute richtige Angst vor Russland haben. Also es ist, glaube ich, im Sinne aller Europäer, dass wir uns an der NATO auch in Zukunft orientieren und nicht auf die Idee kommen, jetzt parallel dazu eine europäische Truppe aufzubauen. Eine schnelle Integration der Flüchtlinge am Arbeitsmarkt und im Sozialleben scheint ausgeschlossen. Welche Auswirkungen kann das haben? Wie müsste die Politik Ihrer Meinung nach reagieren? Ja, natürlich weiß ich, dass die Flüchtlinge, die jetzt nach Deutschland kommen, einiges hinter sich haben. Aber man muss auch mal realistisch sich ansehen, wer da bisher gekommen ist. Soweit ich weiß, sind über zwei Drittel der Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, junge Männer. Im Gegensatz zu dem, was das ARD und ZDF von morgens bis abends immer zeigt, Frauen mit kleinen Kindern, die es natürlich dort auch gibt, ist völlig klar, dass hier zunächst einmal junge Männer nach Deutschland gereist sind. Und was das für Auswirkungen haben kann, muss ich eigentlich nicht sagen. Deshalb ist es wichtig, dass wir erstens dafür sorgen, dass der Zustrom dieser jungen Männer gestoppt wird. Zweitens, dass sie fairer verteilt werden in Europa. Und drittens, dass wenn sie denn das Recht haben, hier zu bleiben, und bei den meisten Syrern wird das der Fall sein, dass wir uns so schnell wie möglich um sie kümmern. Das heißt, wir müssen sicher sein, dass sie von der Straße kommen, dass sie was lernen und dass sie in Arbeit und Brot gelangen. Ich bin davon überzeugt, dass das möglich ist, aber das ist ein langwieriger Prozess und da er lange dauert, müssen wir ihn schnell anfangen. Die Entscheidung der Bundesregierung, die Verantwortung für diese Flüchtlinge mehr oder weniger in die gleiche Hände zu legen wie die Verantwortung für die Arbeitslosen, halte ich für richtig. Ich habe großes Vertrauen in Herrn Weise, der die Bundesanstalt für Arbeit hervorragend geleitet hat. Ich glaube, das ist der richtige Mann. Jetzt brauchen wir eine gewaltige Anstrengung, an der sich natürlich auch die Wirtschaft beteiligen muss, um diese Menschen zu qualifizieren. Das Erste, was geschehen muss, die Leute müssen Deutsch kennen. Und was ich hier in der Diskussion in Europa immer wieder erlebe, Man hat in Europa kein richtiges Gefühl für die Herausforderung, die wir in Deutschland haben und die sich hier doch etwas von der Herausforderung in Frankreich oder Großbritannien unterscheidet. Typischerweise ist der Zuwanderer, der nach Großbritannien geht, der englischen Sprache mächtig. Der typische Zuwanderer nach Frankreich kann Französisch. Die Zuwanderer, die nach Holland oder Schweden kommen, stoßen aber eine Bevölkerung, die fast durch die Bank Englisch spricht. Das ist aber in Deutschland nicht der Fall. Die Flüchtlinge, die jetzt in unser Land kommen, sprechen kein Deutsch und die Deutschen sprechen auch nicht alle Englisch. Das heißt, hier haben wir eine enorme Herausforderung, sowohl für die Flüchtlinge selbst als auch für uns. Das Allererste, was geschehen muss, ist, sie müssen Deutsch lernen. Was mich viel mehr interessiert, warum ein EU-Gegner ins EU-Parlament einzieht. Diese Frage, die an mich hier gestellt wird, warum ein EU-Gegner ins Parlament einzieht, sagt eigentlich alles. Wieso bin ich eigentlich ein EU-Gegner? Ich bin ein Befürworter der EU, ein leidenschaftlicher Anhänger der EU. Aber ich möchte eine andere EU als die, die heute angestrebt wird von den Euromantikern in Brüssel und von einigen Euromantikern auch in den Ländern. Lassen Sie mich das an drei Beispielen klar machen. Die Europäische Union war laut dem Lissaboner Vertrag so konzipiert, dass das Prinzip der Subsidiarität zur Geltendheit, das heißt also, dass die Verantwortung für die Lösung eines Problems so nah am Bürger zu verankern ist wie möglich. Also wenn man in Hamburg ein Problem hat, dann sollen die Hamburger das lösen. Und wenn die das nicht können, dann soll das nach Berlin delegiert werden. Und erst wenn die Berliner das auch nicht können, soll es ein europäisches Problem sein, was man in Brüssel lösen kann. Von diesem Prinzip hat man sich längst abgewandt. Man ist inzwischen für Zentralismus. Und der Grund, warum dieser Zentralismus in Deutschland und in Europa so gefördert wird, liegt ganz einfach und vor allen Dingen am Euro. Denn um den Euro zu erhalten, braucht man ein zentralistisches Europa. Aber ich bin nicht für ein zentralistisches Europa. Ich bin für ein Europa der Vielfalt und nicht der Einfalt, um es mal ein bisschen auf die Spitze zu bringen. Das zweite ist der Wettbewerb. Im Lissabon-Vertrag steht deutlich, dass die einzelnen Länder auch im Wettbewerb unter anderem für die besten Lösungen streiten sollen, damit sich das Beste durchsetzt. Der Wettbewerb zwischen kleinen Einheiten führt immer zu einem stärkeren Ganzen. Aber der Wettbewerb wird durch den Euro jetzt ausgehebelt. Denn was braucht man, um den Euro zu retten? Harmonisierung. Und die Harmonisierung ist das genaue Gegenteil von Wettbewerb. Also ich möchte kein Europa der Harmonisierung. Ich möchte ein Europa, wo man um die besten Ideen im Wettbewerb steht und wo die beste Idee sich auch durchsetzt. Und das Dritte, was ebenfalls ein Nebenprodukt der Euro-Rettung ist, ist die damit verbundene Sozialisierung. Wir stehen jetzt da vor, dass die Bankschulden in Europa vergemeinschaftet werden. Was im Klartext heißt, dass der deutsche Sparer bzw. seine Sparkasse für das Gezocke von Banken in Frankreich oder Spanien mithaftet. Das ist ein unmögliches System. Denn wenn alle für alles verantwortlich sind oder ist, dann ist niemand mehr verantwortlich. Also ich bin für ein Europa, aber ein Europa der Vielfalt und nicht der Einfalt. Ich bin für ein Europa der souveränen Nationalstaaten und nicht für die Vereinigten Staaten von Europa. Ich bin für ein Europa, was die kulturelle Vielfalt erhält und nicht versucht, dauernd alles gleich zu machen.